ZOMBIE APOKALYPSE Ich wurde auch zweimal als Unschuldig getötet Ja, weil du dich immer auch für dich verhältst Ich wollte gerade sagen, du verhältst dich ja auch immer so Jaja Du legst dich ja darauf an, dass man dich tötet Ah, okay Ach, du hast ja hier, ey Uh, ich bin drin Ach Ach Oh, wo ich hinlaufe, geöffnete Türen Ja, du bist hier Hallo Cap Winters Hallo Ja, genau, die Zimmer sind hinten verbunden Ja, kannst du so Kann man auch nicht auf Genau Ja, kann man nicht Ach so, hier ist ja schon alles gewesen Hey 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 Schick zu Gott, wo bin ich denn jetzt, Alter? Ich sehe Hörns Warum schießt du auf mich, würde HG sagen, kann das? Okay, bist du etwa gestorben dabei? Oh mein Gott, HG ist gestorben! Denn das Reif ist Hm Top auf Jetzt kann es nicht sein, den habe ich ganze Zeit beobachtet, wie er versucht hat, auf eine Kiste zu springen Mhm Mhm Oh, ich vergrabe den Fahrstuhl Ist ja lustig Ja, hier, da haben wir gestern auch eine Airbus Map gehabt Wer ist da vor mir? Ich Ja, bleib mal stehen, Vampir Ich, ich bin's Ja, moin Wo seid ihr denn? Ich bin da, wo Hörns ist Wo's Hörns? Da, wo ich bin Ich send mal Standorte Was geht denn hier, Arbeiter? Tiffy sehe ich auch grad, moin Ach, hallo, da bist du Ich hab' ich gerade Erfrocken, ich bin 1 Kilometer weiter Was auch, Tiffy, hier ist es Nein, ich bin es nicht Ich hab Reif und HG noch nicht gefunden Die Leiche zumindest noch nicht Woher willst du wissen, dass Reif eine Leiche ist? Nee, boah Jetzt ziehst du einfach auf mich? Nee, aber irgendwie Machst du mir Angst Wo ist Tiffy denn? Hast du Tiffy erschossen? Mhm Wird mich weggesnipern, ey? Waa? Waa? Oh Gott, ey Waa? Du bist auf der Baustelle, oder was? Du bist erkältet das Ohren zu, wahrscheinlich, ne? Achso, du bist erkältet Gott sei Dank Das ist immer so blöd Wenn man einfach weggesnipern Und nicht mal weiß, wo die Sau ist, ey Mhm Ich bin's nicht, übrigens Ich bin es Boah Tut mir leid, hörte sich grad dich voll verdächtig Weil Tiffy hat auch mein Tonball Der Standort Der Standort Nö, ich hab mich vor dir Nicht Aber die Map ist riesig Ja Ein Glück, dass man 10 Minuten Zeit hatte Ich war auch aktiv am Suchen Ja, ich bin ja grad so Ein bisschen drüber geflogen, ne? Da kann man halt sehen, dass die Ich bin echt sehr froh Und dann hast auch hier viele Viele Hackenschützenmöglichkeiten, ne? Das ist ja enorm Das stimmt Ja Ich kann den Vampy sehen Ich weiß gar nicht, wo ich bin Ich auch mich Wahrscheinlich hab ich hier gesehen Irgendwo Wahrscheinlich hab ich hier gesehen Weit weg von euch Plumm, irgendwas ist hier explodiert Tiffy bestimmt, ja Tiffy 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 Was haut hier gerade mit dem Kuhfuß kaputt? Ja, ich hau hier gerade eine Scheibe kaputt, weil ich hier aus diesem Raum nicht rauskomme Tiffy 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 Ah, ok, dann kommt hier raus. Ey! Oh Gott, nee! Alle gekillt. Nein, das ist keine. Weil, wer war der erste von uns, als ich sagte, ich kann Vampis sehen? Oh, ich war der erste tot. Ich. Achso, er, dann dachte ich. Ja. Ja. Ja, ich habe ihn auch gerade gesehen, auf einmal war ich tot. Ja, die Shops muss ich ja nutzen. Ja. Auf jeden Fall. Hier gibt es auch einen Traitor oben, was? Echt? Wo das denn? Hier steht Traitor's Nest. Hm. Ich hab den gefunden. Oder ne, das ist nur eine Kneipe. Hä, wo bist du? Ach, da bist du. Ach. Ach so. Ne, so in der Bar ist das noch. Ach so. Ja, ja. Da klappt bestimmt nur der Traitor rein. Ja, wo? Wohin er durch? Ja. Ja, komm. Ey. Cap Winters geht da rein. Kann hier viel kaputt machen, ne? Das ist echt lustig. Ja. Ich weiß nicht mal, wo ich reingegangen bin, wo steht das denn überhaupt dran, steht ja gar nicht dran. Ach doch. Terrorist Nest. Wo seid ihr? Terrorist ist aber ja nicht Traitor. Terrorist ist ja, das haben wir alle. Warte. Ne, Traitor's Nest steht hier. Traitor's Nest? Ja. Aha. Hier. Hier. Boah. Ah, das HG ist es. Fabian tot? Fabian? Gisse. Bampi. Bampi und Hörns. Moin. Dann ist es der HG. Wollen wir HG suchen? Was können wir mitmachen? Wollen wir die Vorken rausholen und HG jagen? Mit Vorken? Kofus. Hast du deinen Kofus geladen, Hörns? Ja. Keine Ahnung, wie er sich verstrickt. Boah, dir gehts ja gar nicht nach Pupen. Doch, oder? Ich schaff das, ich schaff das, ich schaff das. Ne, doch. Ist auf dem Dach drüben? Bei dem roten Gebäude auf dem Dach. Mit dem komischen Sound. Wie du auch mal vorn standest, Vampi, zum Snipern. Aha. Muss ich erstmal wieder hinfinden. Ähm. Klemmer. Ah, warte. Also, oh. Oh. Wir können das Gebäude ja nicht wieder Wampi, den sehe ich da unten wohl Der steht da unten auf der Straße Ah, er hat mich getroffen Der steht in dem Gebäude hier oben Hier über mir Über, geradeaus vor dir? Da oben steht er drinnen? Achso, das ist auch bestimmt eine Verbindung Wo bist du denn, Wampi? Du kannst hier runter reifen Ein Leiter, oder was? Ne, hier guck mal Du kannst hier auf den Zaun unbeschadet drauf Und von dem Zaun dann hier Okay Ich werde jetzt diesen Penner finden Und dann haue ich ihn zum Mut Ja Hast du den Kupfus wieder geladen? Ich fände mich doch Oh Ich werde den Kupfus wieder geladen Ich werde den Kupfus wieder geladen Was Ja, ja die zählen aufs dach man aufs dach den hat es wahrscheinlich zerlegt die zählen die zählen die zählen die zählen die zählen ich wollte nur gucken ob du noch lebst lebst du auch noch? wo ist er denn? das habe ich nicht gesehen ich habe auf jeden fall richtig hart einen eingesteckt Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020